Dr. Sommer darf man intime Fragen stellen, Dr. Haus hat wenig Einfühlungsvermögen und bei Prof. Dr. Börner aus Münster kommen Patienten überhaupt nicht zu Wort. Aber da kann er auch nichts für. Das waren fiktive Beispiele, aber Sie haben doch mit realen Ärzten zu tun. Wenn Sie einen Arzt richtig gut finden, empfehle ich Ihnen, empfehlen Sie ihn weiter. Denn Ihre Arztbewertung hilft anderen Patienten, einen passenden Arzt gut zu finden. Und sie hilft auch Ihrem Arzt, sich weiter zu verbessern. Und jetzt kommt's. Wenn Sie hier eine Bewertung abgeben, fließt ein Euro an meine Stiftung. Humor hilft heilen. Wir bringen Clowns in Krankenhäuser, machen Workshops für Pflegekräfte und wir erforschen, warum Lachen die beste Medizin ist. Machen Sie bitte mit. Schenken Sie dieser Seite ein paar Klicks Ihrer Zeit, dann schenken wir einem kranken Menschen ein Lächeln. Herzlichen Dank.